In 7,30 Sekunden Proficia TV, Robin Chan. Der fünfte Platz für Philipp Scherke, der Zettrede, 7,3 Niveau. Sechste Platz für Thomas Schwarz, Tennis- und Hockey-Club Böhlich, 7,4 Niveau. Und Platz für die Nagellau, der Zettrede, 7,47 Sekunden. Auf der Rundbahnnetz, Vörterlauf, 4 x 200 Meter. Weiblich-Jubb mit LHV Bayern und Dormagen auf der Innenbahn. Käfela-Rheizkau auf Bahn 2. Staple-Mannschaft Mühheim, Düsseldorf, Kaltenkirchen. Die beiden Staple auf der Bahn 3 und 4.